Hallo zusammen, hier ist wieder Ocilla und schaut mich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, nimmer auf die Kleinen und für dieses müssen wir Schmierer in der Operation Mechagon auf den Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir 5 hilflose Kleintieger gerettet haben. Wie funktioniert das Ganze? Wir pullen hier den Boss und der Tank und der Heiler spielen ganz normal den Boss runter und alle anderen. Ihr seht hier hinten der DH läuft in die Pfützen rein und klickt so kleine Kraniche an, die erscheinen sobald der Bosskampf startet und bringt diese Kraniche, hier haben wir nochmal einen, quasi dann einfach zu diesen Säuberungsbots. Sobald man da reingelaufen ist, legt man sie ab und hat einen mehr quasi gerettet. Wenn man eingeschleimt wird, wird man mit diesem Kranich eingeschleimt, man muss den Spieler einfach wieder rausholen und kann dann einfach ganz normal das hier weitertragen. Das ist nicht das Problem. Ihr müsst halt bloß gucken, dass ihr den Boss erst bezwingt, nachdem ihr alle 5 Kraniche wirklich gerettet habt, dass die wirklich in diesen Kreisen quasi geplaced sind. Mehr ist es nicht und dann kann man den Boss ganz normal runterspielen und bekommt am Ende, wie ihr hier bei uns seht, das Achievement aufgeploppt. Und ja, es ist eigentlich ein relativ einfaches Achievement, man muss halt bloß wissen, wo diese Kraniche hier sind. Diesen Eimer wirklich ganz außen und den Boss in diesen Lachen quasi verteilt und da einfach anklicken, ein bisschen aufteilen, dann geht es relativ gut. Ja, das war der ganze Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!